Jetzt Kurzinfos zur Nacht. Hallo zusammen. Kennen wir den Herrn noch? Genau, das ist der, der uns als Pack bezeichnet hat. Wir sind das Pack. Ja, und genau der hat sich jetzt zu Donald Trump geäußert und hat gesagt, einer ist an allem schuld und das wäre Donald Trump. Na gut, dann hat er halt zwei richtig gute Aussagen getroffen. Mehr brauchen wir von diesem Herrn nicht wissen. Tja, zum Lockdown gibt es Folgendes zu sagen. In allen 16 deutschen Bundesländern klagen Einzelhändler dagegen, dass sie ihre Geschäfte zulassen sollen. Es regt sich etwas, es bewegt sich etwas. Das ist auch nicht so schlecht. Donald Trump, der große Hoffnungsträger in den USA und sicher weltweit, ist im Augenblick zurück an die Öffentlichkeit. Er gibt Interviews und hat sich zu vielen Themen geäußert. Zu seiner Kandidatur zur Wahl in 2024 hat er gesagt, es wäre noch zu früh, sich dazu zu äußern. Was geht sonst noch? Die NASA ist mal wieder mit einem Rover auf dem Mars gelandet. Freunde, schönen Dank fürs Zuhören. Ein kleines Nachtjournal zwischendurch. Wir hören uns morgen. Tschau. 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 Tschau.